Musik Mortis Spiegelkabinett von Ben Bucanero Gelesen von Stefan Barth Henry war ein Kind, das das Leben von Anfang an im Stich gelassen hatte. Geboren am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Seine Mutter und ihr Lächeln sah der Junge nur ein einziges Mal. Sekunden nach seiner Geburt und Minuten vor ihrem Tod. Komplikationen, die die Ärzte zu spät erkannten, hieß es. Sein Vater beschloss an diesem Tag, sein Dasein mit Bier und Whisky im Fernsehsessel fortzusetzen. Tante Sally kümmerte sich in den ersten acht Jahren um Henry, bis sie zwei Monate vor Henrys neuntem Geburtstag Tom kennenlernte. Sie wurde schwanger und Tom zog in Tante Sallys Haus. Es ist zu eng für uns alle, ließ er sie wissen. Er ließ sie auch wissen, dass es seiner Meinung nach in der Zeit war, dass Sallys Bruder endlich Verantwortung übernehmen sollte. Tom war ein Mann, der seine Meinung selten mit vielen Worten zum Ausdruck brachte, und Sally war eine Frau, die von ihrem Vater gelernt hatte, Männern, die einem sagen, wo es lang geht, besser nicht zu widersprechen. Henry zog also an seinem neunten Geburtstag bei seiner Tante aus und bei einem wildfremden Mann seinem Vater ein, der ihm kaum Beachtung schenkte. Auch Henrys Vater war kein Mann der großen Worte. Er verzog einmal kurz und mürrisch die Mundwinkel, ohne sich dabei aus seinem Fernsehsessel zu erheben, als Tante Sally ihm mitteilte, dass sein Sohn ab jetzt bei ihm wohne. Sie stellte Henrys Koffer in sein Zimmer und war darauf bedacht, dass ihr Kopftuch nicht verrutschte, das sie tief ins Gesicht gezogen hatte, um die blauen Flecken zu verstecken. Henry verbrachte den Rest seines neunten Geburtstages auf dem Bett in seinem neuen Zimmer. Er weinte den ganzen Tag und die ganze Nacht, bis er in den frühen Morgenstunden kraftlos in den Schlaf gezogen wurde. Damit Henry nicht verhungern würde, besuchte ihn Tante Sally von nun an jeden Tag. Neben einem ordentlichen Essen sorgte sie auch dafür, dass er die Schule besuchte. Ein Jahr später An seinem zehnten Geburtstag bekam Henry das erste und letzte Geschenk von seinem Vater. Ein blaues poliertes Fahrrad mit einem Fähnchen am Sattel, auf dem Happy Birthday aufgedruckt war. Auf dem Ledersattel lag ein weißer Umschlag. Mein Sohn, das Geräte Alarm und eine Hebamme reißt dich aus ihren Armen. Überall ist dieses verdammte Blut. Dann kommen die Pfleger. Einer zieht deiner Mutter ein Lakenbiss über den Kopf. In der Höhe ihres Schritts sickert sofort das Blut durch den Stoff. Keine weitere Nacht schaffe ich es, das zu ertragen. Das Fahrrad ist alles, was ich dir hinterlassen kann. Es ist etwas ganz Besonderes. Ein Erbstück und gehörte mal deinem Großvater. Deine Mutter bat mich, kurz vor deiner Geburt es zu reparieren. Sie sprach davon, dass sie sich im Traum vorstellen würde, wie du es eines Tages fahren würdest. Sie würde deine Kinderaugen leuchten sehen. Mir ist klar, dass du noch zu klein bist, um zu verstehen, warum ich mich so feige aus dem Staub mache. Es tut mir wirklich leid. Leb wohl, dein Vater. Als Henry diese letzten Worte las, hörte er das Rumpeln, das vom Dachboden kam. Es klang so, als hätte jemand etwas umgeworfen oder etwas Schweres fallen gelassen. Dann war es totenstill. Nachdem die Polizei den leblosen Körper vom Dachsparren geschnitten und in einen Zinksarg abtransportiert hatte, nahm Tante Sally Henrys Koffer in die eine Hand und Henry bei der anderen. Wortlos verließen beide ein letztes Mal das Haus. Henry wohnte jetzt wieder bei Tante Sally. zusammen mit einem Baby, seiner Nichte. Und Tom und seinem missratenen, unehelichen Sohn, der eines Nachts zugedröhnt vor der Tür stand. Seine Mutter hätte ihn rausgeworfen und sein beschissener Vater soll sich jetzt kümmern, wenn er schon keine Alimente zahlt. Er kann doch hier wohnen, oder? Tante Sally wusste, was es bedeutete, wenn Tom in dieser bedrohlichen Stimmlage eine scheinbar harmlose Frage stellte und fand, dass es besser für die Gesundheit war, seinem Wunsch nachzukommen. »Hey, Opfer! Das große Zimmer neben dem Bad ist Sperrzone!« begrüßte Jason, seinen neuen Stiefbruder, unterstrich diesen Satz mit einem effektvollen Ellenbogenhieb in die Seite und ergänzte, »Halt dich lieber fern, wenn du nicht neben deinem Vater liegen willst!« Henry biss sich auf die Lippe, antwortete nicht und bezog das kleine Zimmer im Erdgeschoss unter der Treppe. Weit genug weg von seinen neuen Familienangehörigen und nahe genug zur Haustür, falls eine Flucht angebracht wäre. Jason war die junge Version seines Vaters. Ein bulliger Kerl, 17 Jahre alt, kurzrasierte braune Haare, dicktrainierte Oberarme und ein Boxergesicht. Henry hingegen war Hager, ein blonder, schlanker Junge, der von Muckibuden nichts hielt, dafür so schnell rennen konnte wie ein Wiesel. Mehrmals lief er seinem fiesen Stiefbruder schon davon, doch zu Hause war diese Fähigkeit nutzlos. Tante Sally mischte sich in Streitigkeiten nicht ein. Sie hatte im Haus nichts mehr zu sagen, kümmerte sich lieber um das Baby, putzte, kochte das Essen und verbrachte die meiste Zeit des Tages leise weinend neben dem Babybett. Nach fast einem Jahr erduldeter Demütigungen hatte Henry eine Strategie entwickelt, wie er dem Mobbing und den Schlägen von Jason und Tom aus dem Weg gehen konnte. Er hatte von jedem Hausbewohner ein Profil erstellt und in einem Heft notiert. Uhrzeiten, wann wer kam oder das Haus verließ und zu welchem Zeitpunkt es für ihn in den vier Wänden ungefährlich war. Wie ein blinder Passagier an Bord eines Schiffes bewegte sich Henry unbemerkt zwischen den anderen Bewohnern des Hauses. So oft es ging, hielt er sich außerhalb auf. Nachts flüchtete er sich in seine Träume. Er besaß die Gabe, darin aufzuwachen und das Traumgeschehen zu beeinflussen. Dabei gab es für ihn keine Grenzen. Er war Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in seinem ganz persönlichen Film, der sich so real wie das Leben anfühlte und in dem er alles und jeden kontrollierte. Ein Jahr später. So einen Klartraum hatte Henry auch in der Nacht vor seinem elften Geburtstag. Dieses Mal intensiver und merkwürdiger als sonst. Seine Wahrnehmung war hyperreal und seine Sinne so geschärft, dass alles, was er ansah, von innen heraus zu leuchten begann und Stimmen und Klänge erzeugte. Immer wieder tauchten Jason und Tom in Henrys luziden Träumen auf. Im Traum mit messerscharfen, haifischartigen Zähnen ausgestattet, wollten sie ihn jedes Mal fressen. Doch die Welt hinter dem Tag war ganz alleine Henrys Welt. Mit einem Fingerschnippen konnte er die beiden in die Luft befördern und anschließend in Lichtgeschwindigkeit die Flucht ergreifen, bis er zu einer schwarzen Barriere kam, wohin ihm niemand folgte. Es gab da nichts außer absoluter Stille. Dort war er in Sicherheit. Am Tag vor seinem Geburtstag verlief sein Traum anders. Er hatte diesmal keine Lust mehr zu fliehen. Seine Wut auf Jason und Tom war so groß geworden, dass er sie am liebsten im Traum vernichten würde. Außerdem war er wütend auf sich selbst. Er wollte die Tatsache, dass er gegen die beiden im realen Leben nichts ausrichten konnte, nicht mehr akzeptieren. Jason und Tom tauchten auch diesmal mit riesigen Haifischzähnen auf und warfen Henry verächtliche Blicke zu. Doch der blieb diesmal mit verschränkten Armen stehen. Aufrecht wie ein Türsteher. Henry atmete einmal tief ein und schrie dann aus vollem Hals »Verschwindet, ihr Wichser!« Jason und Tom gehorchten augenblicklich und Henry war über sich selbst erstaunt und gleichzeitig über sein Vokabular erschrocken. Stille Es fühlte sich gut an. Henry genoss die Ruhe. Nach einer Weile tauchte eine Stimme aus dem Nichts auf. »Rufst du den Dreigesichtigen?« Henry verstand nicht. Aber bevor er weiter darüber nachdenken konnte, wurde er aus dem Schlaf gerissen. Henry öffnete die Augen und fühlte sich seltsam wohl. Alle negativen Gedanken und Gefühle und die Wut waren einfach verflogen. Henry entschied »Heute ist ein guter Tag.« Er schaute zur Decke und lauschte dem hektischen Treiben aus der Küche. Er würde abwarten, bis Tom und Jason das Haus verlassen hatten. Dann würde er in den Keller gehen, wo seit einem Jahr versteckt hinter alten Paletten sein Fahrrad stand. Jason stopfte sich einen zusammengerollten Pancake in den Mund, warf seinen zerschlissenen Rucksack über die linke Schulter und knallte die Haustür im Rausgehen. Tom kam 15 Minuten später die Treppe herunter. Auf der letzten Stufe drehte er sich nochmal um und blökte durchs ganze Haus. »Räum endlich das verfickte Haus auf, du Schlampe! Der Schreihals kann nochmal plärren, ohne dass du ihn gleich verhätschelst!« Draußen ließ er die Reifen seines neuen Camaro durchdrehen und fuhr mit durchgetretenem Gaspedal Richtung Hauptstraße. Er brauchte keine fünf Minuten bis zum Schrottplatz, den er mit seinem dubiosen Kumpel managte. »Wie kann Tom sich mit dem Verkauf von Trödel und Schrott einen brandneuen Camaro leisten?«, fragte sich Henry. Er vermutete schon länger, dass die zwei hinten in der Garage noch ganz andere Geschäfte machten, seit ihn Tom in einem guten Moment mal mit zu Tom-und-Mikes-Teile-Paradies genommen hatte. Henry fiel sofort auf, dass es dort verdächtig nach Chemikalien roch. Durch die angelehnte Tür der Werkstatt konnte er kleine Tütchen mit weißem Inhalt erspähen, die sich auf einem Tisch stapelten. Es war still im Haus. Tante Sally lag oben im Schlafzimmer im Bett neben ihrem Baby. Ob sie weinte oder beide schliefen, wusste Henry nicht. Er schleppte das silberblau glänzende Hollandrad, das er seit seinem Einzug im Keller versteckt hielt, die Treppe hoch und schob es raus auf die Straße. Fasziniert lauschte er dem leisen Klacken, das die Speichen verursachten, immer wenn sich die Räder drehten. Der erste Versuch im Sattel endete auf dem Asphalt. Mist! Ein armlanger Kratzer zog sich quer über den Rahmen. Sein aufgescheutes Knie war Henry egal. Er ärgerte sich. Viel vorsichtiger stieg Henry wieder auf und trat übertrieben sorgfältig in die Pedale. In weiten Bögen eierte Henry die Straße runter. Vor einem grün gestrichenen Haus legte er eine wackelige Vollbremsung hin. Hier wohnte sein bester und einziger Freund Kenny. Henry durfte bereits Übungsrunden auf Kennys Mountainbike absolvieren, aber dieses betagte Herrenrad erforderte ein bisschen mehr Fahrgeschick. Alter, wo hast du das denn her? Aus 1980? Kenny lief die Einfahrt runter, klatschte Henry ab und gratulierte ihm mit einer zögerlichen Umarmung, wie sich das für Jungs in ihrem Alter gehörte, zum Geburtstag. Kenny war fast 1,78 Meter groß, ein Riese für einen Elfjährigen. Er hatte rabenschwarze Haare, die er bis auf sein überlanges Pony kurz geschnitten trug. Immer wieder rutschten ihm Strähnen ins Gesicht. Es wurde zu Kennys Markenzeichen, dass er ständig mit einer schnellen Kopfbewegung sein Pony nach hinten warf. Kenny trug eine schwarze Brille und hatte deshalb verdammte Ähnlichkeit mit Clark Kent, dem alter Ego von Superman, fand jedenfalls Henry. Die beiden radelten zur Hauptstraße. Links und rechts säumten Einfamilienhäuser mit ihren typischen amerikanischen Garageneinfahrten und Vorgärten den Weg aus der Siedlung heraus in Richtung Stadtmitte. Zehn Minuten später hatte Henry sein Fahrrad im Griff. Er genoss den lauen Sommerwind im Gesicht, lächelte glückselig und trat immer mutiger in die Pedale. Das war also das Gefühl von Freiheit, das er bisher nicht kannte. Er ließ seine Gedanken schweifen und träumte, bis ihn ein rotes Stoppschild und Kennys Warnruf zurück in die Realität holten. Alter! Es fehlten Millimeter und er hätte seinen Freund vom Mountainbike gerissen. Willst du dir gleich eine Acht einfangen? schnaufte Kenny angesäuert. Henry antwortete nicht und bestaunte stattdessen den beeindruckenden, bunt beleuchteten Showtruck, der rechts neben ihm darauf wartete, in den fließenden Verkehr einzubiegen. Etwas Ähnliches hatte er nur einmal zu Weihnachten in einem Fernsehspot eines Brauseproduzenten gesehen. Mortys Spiegelkabinett war in bunter Zirkusschrift quer auf die dunkelblaue Plane gedruckt. Daneben prangte, im Comic-Stil gepinselt, ein clownartiger Kopf mit einer Nickelbrille und einem breiten Grinsen. Dazu eine Hand, die einen samtroten Zylinder lüpfte. Stand der Truck eben schon hier? fragte Kenny seinen Freund, der ihm wieder nicht antwortete. Die schwarzverdunkelte Seitenscheibe im Fahrerhäuschen wurde heruntergelassen und ein Mann, der der Karikatur auf dem Truck verdammt ähnlich sah, warf einen Blick auf die Jungs und fragte mit dunkler Stimme, »Na, willst du an deinem Geburtstag ein bisschen Spaß haben?« Erschrocken drehte sich Henry zu Kenny um. »Woher weiß der, dass du Geburtstag hast?« Die Antwort gab nicht Henry, sondern kam aus dem Fahrerhaus. »Du hast ein Happy Birthday-Fähnchen am Gepäckträger. Hast doch heute Geburtstag, oder?« Verunsichert nickte Henry. Die Fahne hatte er nie abmontiert und vorhin ist sie ihm gar nicht aufgefallen. »Zwei Freikarten für euch. Erzählt's auch euren Freunden, dass Morty der Spiegelmann in der Stadt ist.« Henry stellte sein Fahrrad auf den Ständer und bewegte sich gespielt lässig zum Fahrerhäuschen. Das Clowns Gesicht streckte seinen Arm aus dem Fenster und hielt zwei Tickets in der Hand. »Danke, Sir.« »Wir erzählen es bestimmt auch allen unseren Freunden,« antwortete Henry, grinste wissend in sich hinein und dachte, »Keine große Sache, denn Kenny weiß ja schon Bescheid.« Der Dreiklang der Hupe rüttelte ihn aus seinen Gedanken. Morty hatte sich lautstark Richtung Littletown verabschiedet. Er war rechts abgebogen und man konnte in einiger Entfernung noch die großen roten Bremsleuchten sehen. »Zeig mal her!« Henry reichte Kenny ein Ticket. »Mortys Spiegelkabinett!« Darunter der Schriftzug vom Truck und daneben der Mann mit Nickelbrille und Zylinder. Kippte man die Eintrittskarte leicht, reflektierte die grünlich-goldfarbene Oberfläche im Sonnenlicht und die Prägung des Clownskopf wurde sichtbar. Im Lärm des durchstartenden Trucks und der ganzen Aufregung hatten die beiden Jungs nicht bemerkt, dass hinter ihnen ein Pick-up angerollt war. Hinterm Steuer saß Hangman, der rechte und brutale Arm von Jason. Angeblich hatte Hangman schon mal jemanden umgebracht, doch er kam frei aus Mangel an Beweisen. Ein Blick reichte aus, um sich vorzustellen, dass dieser Kerl zu einem Mord fähig war. Ein Bulle. Sein fleischiger, haarloser Schädel schien keinen Hals zu haben. Auf den Hinterkopf hatte er sich das eiserne Kreuz tätowieren lassen und seine Brust zierte die Faust der rechtsextremen White Power. Auf dem Beifahrersitz saß seine Freundin Cindy und guckte gelangweilt durch die Frontscheibe. Henry musste beim Anblick von Hangman schlucken. Keine Gefühlsregung war in seinen kalten, zugedröhnten Augen auszumachen. Doch die Gefahr kam von hinten. Der erste Schlag traf Henrys linke Kniekehle und riss ihn zu Boden. Jason war mit einem Baseballschläger bewaffnet von der Ladefläche des Pickups gesprungen und hatte nicht lang gefackelt. Wo hast du das Rad her, Arschloch? trat er verbal nach. Henry krümmte sich vor Schmerzen, schnaufte und ächzte. Ihm fehlte die Luft zum Antworten. Vermutlich waren durch den Treffer Kreuz und Außenband gerissen. Er war einer Ohnmacht nahe. Willst wohl mit deinem kleinen Pussyfreund eine Privatparty feiern? Der zweite Schlag traf Henrys Brust. Er fiel um wie ein Baum, der gerade gefällt wurde. Mit dem Hinterkopf schlug er auf dem Asphalt auf. Was dir gehört, gehört mir, Bruder. Brauchst wohl eine Lektion, Waisenjunge. Er deutete auf Henrys Kopf und holte erneut zum Schlag aus. Dann zog er durch. Im letzten Moment drehte Jason sich zur Seite und ließ den Schläger mit voller Wucht auf das blank polierte Schutzblech von Henrys Fahrrad krachen. Das Rad wurde umgerissen, doch Jason war immer noch nicht zufrieden. Er drosch immer wieder auf das Fahrrad ein, bis das Holz seines Baseballschlägers splitterte. Er schnaufte. Du wirst mir das kaputte Ding ersetzen, wenn du wieder zu Hause bist. Henry bekam von alledem nichts mit, da er längst ohnmächtig war. Jason beugte sich zu seinem Stiefbruder, griff nach dem Ticket, das neben ihm im Dreck lag und drehte sich dann zu Kenny um. Der hielt ihm mit zittriger Hand auch seine Eintrittskarte entgegen. Hier. Zufrieden steckte Jason das Ticket ein und sprang zurück auf die Ladefläche des Pickups. Gib Gas, Alter! Hangman ließ die Räder quietschen und driftete in einer bedrohlich engen Kurve um die beiden Jungs herum, um dann Richtung Little Town durchzustarten. Henry wachte in einem Krankenhausbett auf. Sein linkes Bein war eingegipst und hing in einer Schlaufe. Am Kopfende standen klinische Apparate auf rollbaren Stativen. Kenny saß bequem auf einem Stuhl neben dem Bett, die Hände auf die Knie gestützt und leicht nach vorne gebeugt. Der Geruch von Medizin und Desinfektionsmittel lag in der Luft. Wie geht's dir, Mann? fragte er, als er Henrys Blinzeln bemerkte. Weiß nicht, hauchte Henry wahrheitsgemäß. Sein Kopf war schwer und sein Mund trocken. Nebenwirkung des Anästhetikums, das ihm zwei Stunden vorher verabreicht wurde. Das Schwein hat dich voll erwischt. Du wurdest am Knie operiert. Zum Glück hat es deinen Kopf halbwegs überstanden. Keine bleibenden Macken, hat der Arzt gesagt. Außer die, die du vorher schon hattest. Henry hörte Kennys Witz wie aus weiter Ferne, denn er fiel zurück in den seltsamen Traum, den er am Morgen hatte. Little Town lag inmitten von Maisfeldern und Wiesen, hunderte Meilen von einer Großstadt entfernt. Die Bundesstraße, die sich kurz vor der Stadtgrenze verengte, schlenderte gemütlich als Main Street durch den Ort und verzweigte sich zwischen frisch geweisten Kolonialhäusern in kleine Nebenstraßen. Ein braves Städtchen mit schön geschnittenen Rasenflächen und üppig blühenden Hortensien hinter den ebenfalls makellos weiß gestrichenen Zäunen. Es gab eine Einkaufsmall, ein paar hübsche Läden, eine Fastfoodkette, eine Kirche und zwei Restaurants. Das Edgefield, das einzige Hotel der Stadt und Carl's Diner, das genauso aussah wie in den 1950ern. Die Polizeistation lag auf der gegenüberliegenden Seite direkt neben dem Rathaus. Dazwischen war der Stadtpark, perfekt angelegt mit einem großen Rasen, der viermal im Jahr zur Festwiese wurde. Der 4. Juli war so ein Anlass. Kleine Rummelplatzbuden, verziert mit bunten Lichtern und Fahrgeschäfte verteilten sich auf der Wiese. Ein bisschen abseits stand ein großer, dunkelblauer Truck mit Aufbauten. Mortys Spiegelkabinett. Das Fahrzeug hatte sich in ein gruselig anmutendes Rummelplatzgeschäft verwandelt. Mit einer Eingangstreppe auf der rechten Seite und einem Ausgang und einem kleinen Kassenhäuschen auf der linken. Der Zylindermann am Truck schaute einladend, aber wenig vertrauenerweckend auf das Laufpublikum herunter. Reliefartige Monster, Grabsteine und Fledermäuse vor einem aufgemalten Vollmond waren rundherum angebracht und indirekt so ausgeleuchtet, dass sie in der aufkommenden Dämmerung fast lebensecht wirkten. Laute Death Metal Musik kündigte den Pickup an, der kurz darauf und beachtlich schnell in eine Parklücke vor dem Rathaus bog und lautstark abbremste. Sheriff Cisneros, der vor dem Revier stand, beäugte die Aktion mit einem kritischen Blick über sein Sandwich, das er in den Händen hielt. Doch Hangman ignorierte ihn und knallte beim Aussteigen die Fahrertür zu. Auf der Beifahrerseite stieg erst Jason aus und hielt die Tür weit auf. Als nächstes stolperte Cindy über ihre hochhackigen Schuhe aus dem Wagen und jonglierte dabei eine Flasche billigen Whisky in ihrer rechten Hand, der in einer braunen Papiertüte steckte. Sie nahm einen kräftigen Schluck, kicherte übertrieben und reichte die Flasche weiter. Der Sheriff schaute dem Treiben eine Weile zu und ließ dann sein Sandwich sinken. Doch bevor Cisneros etwas sagte, nahm Jason Cindy den Schraubverschluss aus der linken Hand, drehte den Deckel auf die Flasche und warf sie auf den Beifahrersitz. Alles fein, Sir! Die Cola bleibt hier! Cisneros schüttelte den Kopf und marschierte wie John Wayne Richtung Festwiese. Die drei folgten ihm in gebührendem Abstand. An einer Schießbude holte Hangman mit zwei Schüssen den Hauptpreis. Ein Einhorn so groß wie ein Collie. Für dich, Babe! sagte er und reichte Cindy das Stofftier, die sich mit einem übertriebenen Kuss bedankte und dabei mit der Zunge heimlich eine Ecstasy-Pille in Hangmans Mund wandern ließ. Beide kicherten und Jason drehte sich angewidert zur Seite. Wenn ihr ficken wollt, geht nach Hause! Ohne darauf einzugehen, erwiderte Hangman, Hey, da vorne ist dieser Truck, Mortys Spiegelkabinett. Kommt ihr mit rein? fragte Jason. Cindy und Hangman schüttelten den Kopf. Sie konnten sich kaum mehr auf den Beinen halten. Uah, geh mal alleine. Cindy und ich warten, bis die fetten Lampen nicht mehr ganz so krass leuchten. Beide bekamen einen Lachflash und ließen sich vor dem Ausgang von Mortys Spiegelkabinett auf die Wiese fallen. Cindy klemmte sich das Einhorn zwischen die Beine und simulierte Stöhnlaute. Hangman lachte und Cindy kickte das Stofftier beiseite. Dann legten sich beide auf den Rücken und musterten Mortys Lichterketten und Horrorfiguren. Babe, was haben wir bloß für ein Zeug geschmissen? Cindy war nicht mehr imstande zu antworten, gackerte und steckte Hangman wieder ihre Zunge in den Hals. Jason ließ die beiden links liegen, stieg die Holztreppe zum Kassenhäuschen hoch und dachte sich, der Kerl sieht echt aus wie der hässliche Clown auf dem Truck. Hey Freak, was gibt's denn hier überhaupt zu sehen? provozierte er den Kassierer hinter der Plexiglasscheibe. Das kommt ganz auf dich an, antwortete der Mann trocken. Jason kniff die Augen zusammen und schüttelte irritiert den Kopf. Dann schob er das Ticket durch die Öffnung am Kassenhäuschen. Immer hereinspaziert. Die Einladung klang irgendwie unheimlich, fand Jason, und stieß mit der rechten Hand die Tür zum Spiegelkabinett auf. Die Tür war kaum einen Spalt weit geöffnet, da wurde sie wie von Geisterhand aufgerissen und Jason wurde hineingezogen. Kaum war er drin, schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Absolute Dunkelheit. Für den Moment. Jasons Augen gewöhnten sich nur langsam an das Halbdunkel. Als er wieder etwas sehen konnte, befand er sich bereits einige Meter vom Eingang entfernt innerhalb des Trucks. Jason überlegte, ob der Fußboden hier leicht abschüssig war und er deshalb das Gefühl hatte, dass er hineingezogen werde. Behutsam streckte er die Arme aus und tastete sich weiter nach vorn. Nach ein paar Zentimetern berührten seine Finger einen Samtvorhang. Jason vermutete einen Durchgang dahinter. Tatsächlich. Er schob den Vorhang zur Seite und konnte weiter hinten im Raum ein grünes Glimmen erkennen. Umso näher er dem grünen Licht kam, umso heller wurde es. Woher das grüne, diffuse Licht kam, konnte er immer noch nicht sagen. Es beleuchtete den Raum indirekt, aber ohne dabei seine Quelle preiszugeben. Am Ende der sonst leeren Kammer erkannte Jason die Umrisse eines antiken Bilderrahmens. Der Rahmen war mannsgroß und durch ein Tuch verdeckt. Jason tastete danach. Es war ein Samtvorhang mit einer Kordel, die seitlich herunterhing. Über dem verdeckten Rahmen war ein Schild angebracht. Jason hatte sich an die dunkle Umgebung gewöhnt und konnte gut lesen, was dort stand. Mutterliebe. Jason griff nach der Kordel und zog daran. Das Samttuch löste sich mit Leichtigkeit und landete sanft vor seinen Füßen. Vor ihm offenbarte sich ein fast blinder Spiegel, der gerade mal die Silhouette seines Betrachters erahnen ließ. Wie witzig, sagte Jason sarkastisch. Er hatte etwas Spektakuläreres oder Gruseligeres erwartet. Was für eine Fake-Bude, rief Jason angesäuert und wollte gleich zum Ausgang gehen, den er im nächsten Raum vermutete. Hinter einem weiteren Samtvorhang führte ein Durchgang in den nächsten Raum, der sich kaum vom ersten unterschied. Er war lila illuminiert und auf dem Schild über dem verdeckten Spiegel stand Vaterliebe. Jason war nicht überrascht und bereits gelangweilt. Kein Spiegelbild, nur vage Umrisse. Die Clownsfresser zockt mit seinem Spiegelscheiß die Leute ab. Enttäuscht ließ er die Kordel los. Der nächste Raum war blau beleuchtet. Auf dem Schild über dem verhangenen Spiegel prangte das Wort Bestimmung. Jason ließ den Spiegel links liegen und ging weiter bis zum Ausgang. Wütend trat er gegen die Ausgangstür, die widerstandslos aufsprang und gegen die Holzwand des Schaugeschäfts donnerte. Jason nahm die Treppe mit einem Sprung, stürmte zum Kassenhäuschen und hämmerte mit beiden Fäusten gegen die Plexiglasscheibe. Unbeeindruckt vom Lärm und dem Geschehen lagen Hangman und Cindy immer noch fummelnd auf der Wiese. Jason bekam davon nichts mit. Er war außer sich vor Wut und brüllte den Mann im Kassenhäuschen an. Hey Arschgeburt, was soll das? Deine Spiegel sind alle Schrott. Der Mann an der Kasse blätterte unbeeindruckt in einem Flyer und antwortete Jason, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Hast du auch richtig hingesehen, Jason? Woher zur Hölle kennt der Penny weiß verschnitt meinen Namen? Neben dem Eingang stand unübersehbar ein lebensgroßer Spiegel. Darüber hing ein Schild mit der Aufschrift Doppelmoppel. Jason runzelte die Stirn. Er war sich sicher, dass das mannsgroße Teil vorhin noch nicht dort stand. Was zur Hölle wird das hier? Jason konnte sein Spiegelbild sauber und klar erkennen. Dieser Spiegel war keinesfalls blind und das Spiegelbild strahlte realer als real, wie bei einem 4K-Fernseher der neuesten Generation. Jason starrte wie hypnotisiert hinein. Sein Spiegelbild veränderte sich. Es zeigte jetzt keinen 17-Jährigen mehr, sondern einen kleinen Jungen mit Schokoladen verschmierten Fingern, der ihm angstvoll in die Augen schaute. Das Kind weinte und Jason war augenblicklich klar, dass er der kleine Junge war. Als Achtjähriger war Jason pausbäckig, hilflos und wurde von allen nur gehänselt. Bis zu dem Tag, als er nach einer Prügelei in der Schule heulend, mit blutender Lippe und zerrissenen Hosen vor seinem Vater stand. Statt Mitleid und Trost gab es eine Lektion, die Jasons Leben für immer veränderte. 30 Tage Arrest bei Wasser und Brot, schrie ihn sein Vater an, stieß ihn die Kellertreppe runter und zeigte auf den Boxsack, der von der Decke hing. Ich mäßte doch keine Schweinchen. Du kommst hier erst wieder raus, wenn du ein Mann geworden bist. Dieser Satz hatte sich so tief eingebrannt. Er schüttelte den Kopf in der Hoffnung, so die unangenehme Erinnerung an seine Kindheit abzuschütteln. Jason trat unwillkürlich ein paar Schritte zurück, ohne dabei auf die Holztreppe zu achten. Rückwärts stolperte er die Stufen herunter, überschlug sich und landete mit dem Kopf auf dem Boden. Ihm wurde schwarz vor Augen. Verdammt, ich bin blind! Jason tastete mit beiden Händen panisch den Boden ab, aber es fühlte sich hart wie Holz an, nicht weich wie Gras oder Erde. Jason wusste, dass die Treppe auf der Wiese vor dem Spiegelkabinett endete. Was zur Hölle war an dem Whisky? Hat Hangman da was eingemixt? Jason hatte sich wieder an das Halbdunkel gewöhnt. Der abschüssige Holzboden, das grünliche Licht, das kam ihm alles bekannt vor. Ihm wurde klar, dass er sich wieder in Mortys Spiegelkabinett befand. Abgefahren. Jason musste kichern. Was für ein Horrortrip! Hangman, du alter Hobbychemiker! Was für ein Zeug hast du da zusammengemixt? rief Jason belustigt und fing an zu lachen. Er hatte genug und wollte den Trip jetzt beenden. Entschlossen stand er auf und ging nach links Richtung Eingang. Doch der Eingang war verschwunden. Also gut, Hangman, dann ziehen wir das jetzt durch. Jason drückte sein Kreuz durch und betrat zum zweiten Mal den grünen Raum. Mutterliebe! Jason ahnte es schon. Diesmal würde er keinen blinden Spiegel mehr vorfinden. Er zog an der Kordel und der Samtvorhang glitt theatralisch langsam vom Spiegelrahmen und landete direkt vor seinen Füßen. Er blickte in den Spiegel und sah eine Frau im weißen Nachthemd mit dunklen lockigen Haaren, die ihn aus sanften Augen anlächelte. Sie war von einem weiß-blauen Lichtkranz umgeben und sah aus wie ein Engel. Mutter? Hinter ihr tauchte ein Mann auf, der die Frau packte und ihr mit der rechten flachen Hand ins Gesicht schlug. Sie taumelte und fiel dann hart auf den Boden. Der Schläger war sein Vater und hinter ihm stand ein Kind. Jason sah sich selbst als kleiner Junge, der schluchzend mit den bloßen Händchen versuchte, den Vater davon abzuhalten, seine Mutter zu verprügeln. Mama, Mama, Papa, nein! Fuck! Jason hatte längst genug. Er wusch sich mit dem Handrücken die Tränen weg und suchte hektisch den Vorhang, der in den nächsten Raum führte und trat langsam vor den verdeckten Spiegel. Vaterliebe stand auf dem Schild über dem Spiegel. Für Jason klang das wie eine Drohung. Zögerlich griff er die Kordel und befreite den Spiegel aus seiner Verhüllung. Ein warmes Licht wie der Schein einer Kerze erhellte den Raum. Sonderbar. Jason fühlte sich augenblicklich behütet und nach Hause in seine frühe Kindheit zurückversetzt. Im Spiegelbild erkannte er die Weihnachtsdekoration wieder. Sogar den Duft von Tannennadeln und Weihnachtsgebäck hatte er plötzlich in der Nase. Ein Flashback. Eine ziemlich reale Erinnerung an ein Weihnachtsfest als die Welt noch in Ordnung war. Es war das Weihnachten als sein Vater zwar schon viel zu viel Alkohol trank, aber noch einen Job hatte und mit seiner Frau Zärtlichkeiten austauschte, statt sie zu verprügeln. Eine scheinbar friedliche Zeit, denn es sollte sich zu diesem Fest alles für immer verändern. Jason betrachtete seinen Vater innerhalb des Spiegels. Er sah sich selbst als Kind vor ihm stehen. Sein Vater nippte an einem Glas Punsch und lächelte. Dabei strich er seiner früheren Version sanft über den Kopf. Papa, wann gibt es Geschenke? Jasons Vater stellte das Glas auf ein Beistelltischchen. Morgen, mein Junge. Du bist doch immer brav gewesen und machst alles, was Papa dir sagt? Ja, antwortete Jason aufgeregt. Jasons Vater legte einen Zeigefinger an seine Lippen. Psst, mein Sohn, wir wollen doch die Mama nicht wecken. Als Jason vor dem Spiegel diesen Satz hörte, spürte er einen unerträglichen Schmerz in seinem Kopf. Das angenehme Gefühl war verschwunden und hinter dem Spiegel auch das Lächeln aus dem Gesicht des kleinen Jason. Die Erinnerung, die Jason so lange erfolgreich in den Tiefen seiner Seele eingesperrt hatte, Fläche. Jason spürte wieder den festen Handgriff in seinem Genick. Er wurde gezwungen, jede Sekunde seiner Qualen aus der Kindheit noch einmal durch zu exerzieren. Den Moment, als sein Vater sein kleines Köpfchen nach unten drückte und mit dem, was dann folgte, seine Kinderseele für immer zerstörte. Fuck, fuck, fuck! Jason ließ die Kordel los und rammte seinen Kopf mit voller Wucht gegen den Spiegel. Glas splitterte. Er torkelte in den blau schimmernden Raum nebenan. Bestimmung. Auf keinen Fall in irgendeinen verfickten Spiegel schauen! Jason schrie hysterisch, wollte Richtung Ausgang fliehen. Doch etwas hielt ihn fest. Jason war nun gezwungen, in den Spiegel zu sehen. Wo ist das dämliche Samttuch? Obwohl dieser Spiegel nicht blind war, konnte Jason sein eigenes ein rötliches Schimmern. Das ist die Beleuchtung. Oder ist das Blut? Dieser Raum leuchtet blau. Er fasste sich an die Stirn. Sie war blutig. Hautabschürfungen von den Glassplittern, die er sich durch seine emotionale Kurzschlussreaktion zugezogen hatte. Jetzt spürte Jason ein Kribbeln, das sich im ganzen Körper ausbreitete. Etwas, eine unkontrollierbare Kraft, zog ihn zum Spiegel hin. Sein Gesicht, seine Nasenspitze berührten die Spiegelfläche. Das diffuse rote Licht transformierte sich in eine strahlende Energiekugel. Jason starrte mitten in ihr Zentrum. Er sah einen dunklen Punkt, der sich aus der Kugel löste und von ihr entfernte. Je näher er kam, umso größer wurde er und nahm Gestalt an. Ein Mensch, ein Mann. Bam! Mit voller Wucht rannte der Mann von innen gegen das Spiegelglas. Er drückte beide Hände an die Scheibe und presste seine linke Wange dagegen. Jason erkannte das blutverschmierte Gesicht. Es war seins. Der Jason hinter dem Spiegel starrte dem Jason vor dem Spiegel direkt in die Augen. Hilflosigkeit, Angst und Panik standen ihm ins Gesicht geschrieben. Das Blut ran ihm jetzt auch aus der Nase und aus dem in sich zusammen und hinterließ blutige Schlieren auf dem Glas. Die gleiche unheimliche Kraft, die Jason angezogen hatte, stieß ihn nun ab und schleuderte ihn nach rechts in den nächsten Raum. Jason wurde von den Füßen gerissen, konnte den Sturz nicht rechtzeitig abfedern und landete mit voller Wucht auf seiner rechten Schulter. Ein stechender Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen. Ausgekugelt! Scheiße! Absolute Dunkelheit. Kein Lichtstrahl, kein diffuses Glimm. Jason wusste aber, dass es der letzte Raum vor dem Ausgang des Spiegelkabinetts sein musste. Du musst nur aufstehen und losrennen. Rechts ist der Weg in die Freiheit. Jason sprang auf, drehte sich nach rechts in die Richtung, wo er den Ausgang vermutete und setzte zum rettenden Sprung an. Keine Sekunde später knallte er ungebremst mit seiner ausgekugelten Schulter gegen eine harte Wand. Jason schrie vor Schmerzen und musste sich übergeben. Der Ausgang in die Freiheit war einfach verschwunden. Shit, 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 brüllte er. Den Blick immer noch nach vorn gerichtet, lief er ein paar Schritte rückwärts und stieß wieder gegen eine Wand. Der Übergang zum Raum, aus dem er vorher gekommen war, ebenfalls verschwunden. Jasons Puls raste. Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Zu den höllischen Schmerzen gesellte sich Panik. Vorsichtig tappte er durch die Dunkelheit wieder Richtung Ausgang. Im nächsten Moment blendete ihn ein gleißendes Licht. Schützend hielt er sich eine Hand vor die Augen. Er blinzelte durch die Finger und erkannte einen verhangenen Spiegel. Von irgendwoher schien ein Scheinwerfer darauf. Der Lichtkegel, den er erzeugte, fiel punktförmig auf den Samtvorhang. Jason nahm die Hand runter und sah direkt auf die Kordel, die provozierend an der Seite herunter baumelte. Na, Pussy, willst du weglaufen? Jason zuckte zusammen. Die Stimme seines Vaters. Er war sich nicht sicher, ob er sie nur in seinem Kopf hörte oder ob sein Vater tatsächlich im Raum war. Jason wartete ab, zog er an der Kordel. Mit dem Vorhang verschwand auch das Scheinwerferlicht. Wieder war es stockdunkel. Jason lehnte sich weit nach vorn und starrte in den Spiegel, in der Hoffnung irgendetwas zu erkennen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Kam davon irgendwoher Licht? Jason suchte nach einer Quelle. Nichts. Er traute weder seinen Augen noch seinem Verstand. Wenn ich rauskomme, lasse ich Hangman sein Zeug fressen. Jason starrte wieder in den Spiegel. Rechts, da bewegte sich doch was. Erschrocken wich Jason zurück. Ein glühendes Augenpaar erschien am rechten Rand des Spiegels. Es gehörte zu einem breit grinsenden Clown, der sich hinter dem Spiegel versteckt haben musste und nun zum Vorschein kam. Der Clown trat aber nicht hervor, sondern neigte weiß. Wer bist du? Hast du zu viel Stephen King gelesen und willst mir jetzt einen roten Luftballon andrehen? Tönte Jason gespielt mutig. Hallo Jason. Jason erkannte die garstige Stimme in seinem Kopf, die ihn ansprach, aber seine Fragen nicht beantwortete. Er erkannte auch den Zylinder, den der Clown jetzt lüpfte. Der Wichser aus dem Kassenhäuschen. Als hätte Morty Jasons Gedanken gelesen, streckte er Jason seinen Arm entgegen und hielt ihm eine Visitenkarte vor die Nase. In Großbuchstaben stand dort Morty geschrieben. In Spiegelschrift. Jason erkannte seinen Irrtum. Der Typ ist nicht im Spiegel. Panisch drehte Jason sich um. Zu spät. Morty packte Jason bereits an beiden Schultern und hob ihn lässig hoch, als wäre er nur ein Päckchen Watte. Jason schrie vor Schmerzen. Mit einer lässigen Handbewegung renkte Morty Jasons Schultergelenk wieder ein. Bedank dich später, säuselte er und grinste noch breiter. Jason war kurz davor, sich wieder zu übergeben. Da packte ihn Morty mit einer Hand am Kragen und hiefte ihn zwei Meter in die Höhe. Jasons Blick war auf das Schild über dem Spiegel gerichtet. OP-messerscharfe Klinge zischte durch die Luft. Morty hatte Jasons Kopf mit einem Handstreich vom Hals getrennt. Frisches Blut tropfte von der Klinge und der leblose Körper schlug dumpf neben dem Samtvorhang auf. Morty musterte den abgetrennten Kopf in seiner Hand. Sein breites Grinsen wurde noch breiter, dann warf er den Schädel achtlos zur Seite. Jason oder besser das, was von ihm übrig war und bei vollem Bewusstsein flog einen großen Bogen durch die Luft. Die Welt drehte sich, aber Jason, der sich gerade noch übergeben wollte, wurde keinesfalls übel. Er spürte gar nichts. Nicht mal, als er unter der Holztreppe von Mortys Spiegelkabinett aufschlug, dort ausrollte, auf der rechten Wange liegen blieb und sich unter ihm eine Blutpfütze bildete. Das Einzige, was Jason dazu einfiel, perfekte Sicht auf die Wiese. Er dachte weder über die merkwürdigen Umstände seines jetzigen Seins nach, noch über den Horrorclown, der ihn gerade geköpft hatte. Ein paar Meter von Jasons Kopf entfernt standen Cindy und Hangman und stritten darüber, wer die Eintrittskarte zu Mortys Spiegelkabinett eingesteckt hatte. Du Bitch, hast dir doch den Verstand weggerotzt. Ach ja? Wenn du deine, falls noch Ticket in deiner Arschtasche hast. Cindy griff beleidigt danach, zog es mit der linken Hand heraus und schlug Hangman mit der rechten flachen Hand auf den Hintern. Babe, ich liebe dich, sülzte Hangman und hielt das für eine angemessene Entschuldigung. Jasons Kopf beobachtete das Trauerspiel aus der ersten Reihe. Er sah das Ticket und erinnerte sich schlagartig wieder an das, was vor ein paar Minuten passiert war. Fuck, ihr dürft da nicht reingehen. Jason merkte, dass sein Schrei stumm blieb und sah Hangman und Cindy dabei zu, wie sie zum Kassenhäuschen schlenderten. Natürlich musste sich auch Hangman gleich mit Morty anlegen, der nun wieder hinter der Plexiglasscheibe saß. Geht nicht da rein, der Typ ist verrückt. Was heißt, wir haben nur ein Freiticket? Soll ich mir deine dämliche Geister meine Leine angucken, während mein Baby draußen wartet und sind die und Hangman bekamen ein Lachflash. Jason konnte das alles nur mit anhören. Die beiden waren längst aus seinem Blickfeld verschwunden. Er hörte noch, dass Hangman gegen die Eingangstür vom Spiegelkabinett trat und das Geräusch, das die Tür machte, als sie hinter den beiden zuschlug. Ihr seid tot. Sowas von tot. Jasons Mund und seine Augen waren weit aufgerissen. Doch seine Warnung blieb auch dieses Mal stumm. Draußen war es friedlich geworden. Jason hörte das Lachen fröhlicher Festwiesenbesucher in der Ferne und erlauschte der Jahrmarktmusik, die von den Buden und Fahrgeschäften zu Mortys Spiegelkabinett herübergetragen wurde. Auch Jasons Kopf, der zum allerletzten Mal mit anschauen konnte, wie die Sonne am Horizont unterging, fand seinen Frieden. Die Blutlache unter der Treppe wurde noch ein klein wenig größer, bis Leben schließlich ein Ende fand. Es war der 4. Juli und es dämmerte. Auf der Festwiese wurde gerade ein buntes Feuerwerk abgebrannt, das sich in der großen Fensterscheibe von Carl's Diner spiegelte. Tom verbrachte dort an einem Tisch den Feierabend mit seinem Lieblingsgericht. Burger, Pommes und eine Büchse Budweiser zum herunterspülen. Guten Abend. Tom hörte die dunkle Stimme, die ihn freundlich grüßte, doch er hatte keine Lust darauf zu reagieren. Er dachte gerade darüber nach, warum Jason sein Sohn sich immer noch nicht gemeldet hatte. Tom starrte auf sein Essen und nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Dose Bier. Sie sehen aus, als könnten Sie ein wenig Spaß vertragen. Tom tat so, als hätte er den Satz nicht gehört, wollte jetzt aber doch wissen, wer ihn da von der Seite anquatschte. Langsam stellte er sein Budweiser zurück auf den Tisch und drehte seinen Kopf betont lässig nach rechts, doch der Fremde war weiter gegangen. Er stand am Ausgang und als er sah, dass sich Tom nach ihm umdrehte, grinste er breit und lüpfte zum Abschied seinen Zylinder. Dann verschwand er in der Dämmerung. Tom schüttelte den Kopf und widmete sich wieder seinem Burger. Er wollte nach dem Budweiser greifen und stutzte. Neben der Dose lag ein Ticket. Es schimmerte Goldfarben. Ein Zylindermann mit breitem Grinsen war darauf gedruckt und der Satz Freikarte für Mortys Spiegelkabinett. Henry wurde aus einem merkwürdigen Traum gerissen. Der Tür gong. Iemand klingelte sturm. Verschlafen blinzelte er zum Nachttisch. Sein Digitalwecker zeigte den fünften Juli sieben Uhr morgens an. Moment! hörte Henry Tante Sally rufen. Sie war auf dem Weg zur Tür und grübelte darüber nach, wer um diese Uhrzeit stören könnte. Henry lag immer noch im Bett und schaute zur Zimmertür. Männer stimmen. Offenbar standen zwei Leute an der Haustür und redeten auf Tante Sally ein. Henry konnte nicht verstehen, worum es ging. Dann wurde es hektisch. Durch die Tür hörte Henry seine Tante laut schluchzen. Kurz darauf fing seine kleine Nichte an zu weinen. Die beiden Männer redeten auf Tante Sally ein. Nach einigen Minuten Tante Sally hatte sich gefangen und auch die kleine besänftigt, wurde es erstmal ruhig. Die Männer verabschiedeten sich. Henry hörte die Tür ins Schloss fallen und dass ein Stuhl gerückt wurde. Seine Tante weinte nun bitterlich. Henry schwang sich aus dem Bett und ging in die Küche. Tante Sally hielt das Baby im Arm und versuchte ihre Tränen vor Henry zu verbergen. Henry umarmte die beiden und hielt sie so lange fest, bis Tante Sally das kleine Mädchen, das nun auch wieder weinte, mit einem Nuckel beruhigen konnte. Setz dich, Henry, bitte, es ist etwas Schlimmes passiert. Henry setzte sich neben sie und streichelte einmal über das Köpfchen seiner Nichte. Sally schluckte, zog ein Tuch aus der Box mit Einwegtüchern, die auf dem Tisch stand, und putzte sich die Nase. Dann sagte sie mit gefasster Stimme, Tom und Jason sind tot. Sie machte eine kurze Pause und schaukelte das Baby im Arm. vier abgetrennte Köpfe gefunden, die Tränen flossen jetzt wieder und Henry nahm seiner Tante das Baby ab. Er war nicht glücklich über den Tod der beiden, auch weil seine Tante so bitterlich weinte. Doch er dachte sich auch, wir sind jetzt sicher, Tom und sein missratener Sohn können uns nie wieder etwas antun. Henry hielt das Baby eine Weile und seine Tante legte ihren Arm um seine Schulter. Sie sagten nichts, obwohl Henry so viele Fragen durch den Kopf gingen. Wie bin ich aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen? Warum ist mein Bein nicht mehr verletzt? Ist das wirklich passiert? Er würde später seinen besten Freund besuchen und danach fragen. Jetzt war es wichtiger, Tante Sally zu trösten. Irgendwann wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht und lächelte sanft. Henry du hast ja deinen Geburtstag verschlafen. Warst einfach nicht wach zu kriegen. Wollt schon den Arzt rufen. Alles gute nachträglich. Und jetzt schau mal in deinem Zimmer. Da steht was für dich auf dem Nachttisch. Henry ging zurück in sein Zimmer, betrachtete das hübsch eingepackte Geschenk und legte es aufs Bett. Sein Blick fiel auf den Zeichenblock, der neben dem Bett auf dem Teppich lag. Er hob ihn auf und schaute sich die letzte Zeichnung an. Das Gesicht eines Clowns war abgebildet und eine Hand, die einen samtroten Zylinder lupfte. Unter dem Bild stand Happy Birthday Henry, dein Morty.